Sie spielt Querflöte, Blockflöte, Klavier singen sowieso, tanzt Tango, spielt in der Burg in Salzburg, in Hamburg, in Berlin, hat die goldene Romy und jetzt kommt's, verdankt ihre Karrieren Zeitungsinserat, das kann nicht sein. Herzlich willkommen Julia Steenberger. Habe ich das gut recherchiert mit dem Zeitungsinserat? Das ist tatsächlich so. Es war ein Zeitungsinserat, wo die Rolle meines ersten Kinofilms ausgeschrieben war. Herzklopfen. Ja, richtig. Und eine Freundin hat mich darauf hingewiesen und ich habe das gelesen und dachte mir, ja, das klingt tatsächlich zu mir. Echt? Kinofilm, muss ich gleich nachfragen. Weißt du, wie viele Filme du gedreht hast? Nein. Ich? 70. Im Ernst? Ja. Du brauchst mich nur noch fragen. Nächste Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Film zu vernichten, zu sagen, den gibt's nicht. Gibt es da einen, wo du sagst, den Schassi lacht schon? Ja, so von meinen allerersten Anfängen gibt's etwas, wo ich mir denke, ich würde ihn nicht vernichten, aber so, dass nur ich ihn sehen kann. Aber du sagst es uns nicht, weil sonst hätte ich sofort den Aufruf gegeben, diesen Film nicht anzuschauen. Julia, wir sind eine Wohnsendung. Du singst, du spürst Klavier. Gibt es da Probleme mit den Nachbarn oder wie gehst du an dieses Problem heran oder an diesen Punkt heran? Es ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, weil er wirklich für mich und auch für meine Tochter ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens ist, dass wir Musik machen können. Und bei der Wahl einer Wohnung ist es ganz wesentlich, Nachbarn nicht zu stören. Das heißt, ich kläre das vorher ab. Boah, das ist gut. Das möchte ich, dass jetzt wirklich jeder unserer Zuseher und Zuseherinnen das sich groß hinschreibt. Das heißt, du klärst das vorher ab und sagst, ich würde da gern einziehen und es kann sein, dass wir singen oder es wird so sein? Es wird so sein. Und wenn man sich verpflichtet, sich an die gesetzlichen Zeiten zu halten, ist das noch immer keine Garantie, dass sich nicht jemand gestört fühlt. Und wenn ich das Gefühl habe, ich störe jemanden, verhindert das jede Kreativität. Also das muss geklärt sein, sonst würde ich eine Wohnung nicht nehmen. Ich traue mir es fast aber anders zu sagen, wenn ich mir vorstelle, du singst in der Nachbarwohnung, müsste ganz Wien daran interessiert sein, die Nachbarwohnung zu bekommen, damit sie gratis von dir Konzerte... Nett, dass du das so freundlich einschätzt. Hast du ein aktuelles Problem oder ein akutes Problem oder überhaupt ein Problem, wo ich dir helfen kann? Es ist so, ich wohne in einem Haus, wo es viele Eigentumswohnungen gibt. Das Haus, das Dach wurde frisch ausgebaut und zwar so, dass es unglaubliche Wasserschäden gibt. Jetzt wird, was glaube ich häufig passiert, jetzt wurde das, eigentlich war die Situation so, man hätte dieses Dach nochmal abreißen müssen und jetzt wird es geflickt und es musste ein Gutachten erstellt werden. Und das Problem ist, das wird jetzt an die Hauseigentümergemeinschaft übergeben. Und da gibt es etwas, was mich wurmt. Auf der anderen Seite will man auch nicht jemanden in Konkurs treiben, wenn man sagt, das muss jetzt neu gemacht werden. Ich bin ein bisschen ratlos. Ui, also das Problem jetzt für dich zu klären in einer Minute, das ist jetzt nahezu unmöglich. Aber das ist ein echtes Problem, das ich wirklich sehr genau kenne. Du hast einen Dachausbau mitunter, ich darf das jetzt nur sehr leise sagen, mitunter der, der ausbaut, versucht billig auszubauen. Na klar, die Schere zwischen dem, was er bekommt und dem, was er selbst bezahlen muss, ist nicht so groß. Da bleibt nicht so viel über. Und daher erlebe ich oft das Ausbau, trotz dem, naja, das Wort Pfusch möchte ich nicht verwenden, aber einfach gemacht werden. Und hier du hast das Problem völlig richtig erkannt. Wenn der weg ist und wenn der Schaden da ist, müssen es alle bezahlen. Und ich nehme an, du wohnst ja nicht im Dach, du bist unten. Ich bin im Erdgeschoss, ja. Im Erdgeschoss, okay. Aber nichtsdestotrotz von den Kosten und von der Verantwortung her geht das in die Hauseigentümer. Also ich würde, die Kurzfassung ist, dass ich hier fast empfehlen würde, einen Rechtsanwalt zu konsultieren, der wirklich die Interessen der Gemeinschaft vertritt. Ist die Dachfirma jetzt in Konkurs oder gibt es den noch? Nein, also den Baumeister, der das gemacht hat, den gibt es noch. Den gibt es noch. Also dann sage ich es auch ganz laut, der gehört schon zur Verantwortung. Und du hast jetzt vorhin gesagt, du willst ihm nicht in den Konkurs treiben. Ja, aber bitte, ich will auch nicht, dass ihr Kosten zu bezahlen habt, die er verursacht, weil er jetzt hier eine mangelhafte Arbeit gemacht hat. Es gibt noch etwas. Es war eine Situation, Gefahr im Verzug, weil bereits Wasser in der Liftkabine war. Und die Hausverwaltung hat sich entschlossen, das einfach machen zu lassen und sagt jetzt, sie können nicht, die Hausverwaltung kann uns Hauseigentümergemeinschaft nicht gegen den Herrn vertreten. Es muss jeder einzeln klagen. Na, das stimmt fast. Das stimmt fast. Da hat die Hausverwaltung recht. Gibt aber da einen Trick noch dazu, den ich da jetzt gerne noch zum Schluss mitgebe. Das Recht, dass du klagen kannst, kannst du der Wohnungseigentümergemeinschaft abtreten. Die Wohnungseigentümergemeinschaft nimmt es an und damit kann der Hausverwalter wieder klagen. Also es geht schon. Das ist dein persönliches Recht, du tritt es ab, der Verwalter nimmt es an und klagt namens der WEG. Okay. So schaut es aus. Julia, in einem Satz, ein Wohntraum von dir, wenn du viel Geld hättest, was wäre denn deine allerliebste Wohngegend? Ich würde sehr gerne, wo wohnen und leben oder sehr viel sein können, wo ich auf ein Wasser schauen kann. Wasser. Ja, das passt. Julia, ich bedanke mich herzlichst für dein Kommen. Sehr gerne. Wir schauen wieder, was der Elektriker für einen schlauen Tipp für uns hat. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020